Johann Georg Karl Leopold Eitel Friedrich Meinrad Maria Hubertus Michael Prinz von Hohensollern, genannt Hansi, war ein deutscher Kunsthistoriker. Er war von 1991 bis 1998 Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, zuvor Direktor des Bayerischen Nationalmuseums und danach Direktor der Kunsthalle der Hypokulturstiftung in München. Herkunft Johann Georg war ein Sohn von Friedrich von Hohensollern und Margarete Carola Wilhelmine von Sachsen. Er hatte sechs Geschwister, darunter die Brüder Verfried und Friedrich Wilhelm, der bis zu seinem Tod im September 2010 Chef des Hauses Hohensollern war. Ausbildung und Beruf Johann Georg besuchte mehr als zehn Schulen, bevor er sein Abitur machte. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium studierte er zwischen 1955 und 1964 Kunstgeschichte und klassische Archäologie in Paris, Freiburg im Breisgau und München. Er wurde 1964 in München mit einer Arbeit zu den Königsgalerien französischer Kathedralen zum Doktor. Phil Promoviert Seit 1966 arbeitete er bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Zunächst war er Fachreferent für spanische und französische Malerei, später wurde er stellvertretender Generaldirektor. Seit 1986 war er Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums. In seiner Amtszeit fielen verschiedene große Ausstellungsprojekte sowie der Erwerb der Kunstsammlung von Fritz Thyssen. 1991 wechselte er als Generaldirektor zurück zu den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Diese wollte er stärker nach außen hin öffnen. Außerdem plädierte er für die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie etwa der Kunsthalle der Hypokulturstiftung. Während seiner Tätigkeit wurde das Haus der Kunst saniert und mit der Erneuerung der alten Pinakothek begonnen. Unter seiner Leitung fand zudem der Neubau der Pinakothek der Moderne statt. 1998 trat er in den Ruhestand. Danach übernahm er bis 2006 die Leitung der Kunsthalle der Hypokulturstiftung. Ehrenamtlich war er Präsident der Konzertgesellschaft München e.V. Vorfahren Familie Am 25. Mai 1961 heiratete Johann Georg standesamtlich im Königspalast von Stockholm Prinzessin Birgitta von Schweden, die Tochter Gustav Adolfs, des Erbprinzen von Schweden und der Prinzessin Sibylla von Sachsen-Koburg und Gotha, Herzogin von Sachsen. Sie ist die Schwester des späteren Königs Karl Gustav. Die kirchliche Trauung fand am 30. Juli 1961 in der Stadtpfarrkirche Sankt Johann Evangelist in Siegmaringen statt. 1990 trennte sich das Paar, blieb aber verheiratet. Die Prinzessin lebt auf Mallorca. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Karl Christian, Desirée, Hubertus, Ehrungen, königlicher schwedischer Seraphinenorden, Bundesverdienstkreuz I, Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Ordre des Acides Lettre, Bayerischer Verdienstorden, Konstantin Orden von St. Georg, Erwin Piskete Ehrenpreis, Ehren- und Großkreuz Bayer des souveränen Malteser Ritterordens. Werke Die Königsgalerie der Französischen Kathedrale. Herkunft, Bedeutung, Nachfolge, Fink, München 1965, Dnb 452 076 811. Staatsgalerie Schleißheim. Verzeichnis der Gemälde, München 1980. Staatsgalerie Aschaffenburg, Schnell und Steiner, München, Zürich 1984, ISBN 3-7954-0849-0. HSG, Die Wittelsbacher und ihre Malerfreunde. Eine Miniaturensammlung aus der Zeit der Romantik. München 1998. HSG, Friedrich der Große, Sammler und Metzen. München 1992, ISBN 3-7774-59100. HSG, Manet bis Van Gogh, Hugo von Schudy und der Kampf um die Moderne. München 1997, ISBN 3-791-317482. HSG, Otto Müller, Eine Retrospektive. München 2003, ISBN 3-791-32857-3. HSG, Eine neue Kunst, eine andere Natur, Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert. Schirmer Mosel, München 2004, ISBN 3-8296-00690. HSG, Karl Larson, Ein schwedisches Märchen. Hirmer, München 2005, ISBN 3-7774-27659.